Hast du jetzt diese 090 Nummer angerufen oder nicht? Ja. Weißt du eigentlich, was das kostet? Weißt du, wie viel Geld du da aus dem Fenster geschmissen hast? Okay, tut mir ja leid. Es tut dir leid. Das reicht nicht. Jungs in deinem Alter dürfen sich so ein Schweinkram noch gar nicht anhören. Oder, Klaus? Äh, ja, du, da hat die Mutti vollkommen recht. Ach, komm, lass mich. Also, junger Mann, das kommt nie wieder vor. Verstanden? Okay. Und vor Strafe gibt es drei Wochen Hausarrest. Aber das ist... Nichts aber. Und Ruhe jetzt. Sonst werden es vier Wochen. Komm, Klaus, wir gehen. Ja. Du, äh... Danke nochmal, dass du mich nicht verraten hast. Okay, ich will ja nicht, dass Mama dich wieder haut. Klaus! Oh, ja.